Herzlich Willkommen zu der letzten Episode Botanikulär Und zwar werden wir jetzt hoffentlich das Monster du auch noch besiegen? Kleiner Trick Wir können mal ans Bein springen Wer hat ihr das gedacht? Mann, also im Englisch Und flutscht So, komm, nehmen, nehmen, nehmen Ah, du mühsamsteil In diesem Fall Wupp Nochmal Nochmal Hm, um so anklicken Shit, wir sind gefangen Ah Spring, warte, warte Spring da drauf, spring da drauf Nein, ein bisschen rüber Nicht ganz, wir wollen zum Ja, das kommt gut, oder? Jawoll Hau ab, hau ab Ah, wir sind so hell Ja, wir sind hell Ich glaube, jetzt können wir auch runter gehen Oh, schau, wie er strahlt Oh, oh, pass auf, pass auf Wir sind in der Mitte vom Bösen Ah, da, du Da, du Da, jetzt Das Mach, mach, mach Strahl Ba-dum 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 Hallo Hallo Ein neues Leben abоть Ah, er trinnet. Ah, er trinnet. Ja, und so endet die herzallerliebste Geschichte von Batimboang. Ich verspreche mich jedes Mal mit dem Namen aussprechen. Botanicula. So, jetzt. Es geht noch ein bisschen länger, bis wir am Ende sind. Sorry, es wird dann eine ganz kurze Episode. Nur um euch ein bisschen teasen. Ähm, Troller. Was ist jetzt da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und das zweite Geschenk? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war jetzt auch endgültig. Ich hoffe es hat euch Spass gemacht hier zuzuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Vielen Dank.